Was sind Sie? Was sind Sie? Hatte mich die Frau gefragt? Bin ich sowas wie ein Geist? Ich kann mich noch bewegen. Ich atme noch. Ich bin noch am Leben. Ich bin der Oktopus. Ich hab von allem Acht. Du siehst schlimm aus. Drei Kugeln. Ich bin glatt durchgegangen. Letzte Nacht mit einem Bein im Leichenschau. Und jetzt das Blünderleben. Spirit! Du machst es einem nicht leicht. Wir müssen etwas wegen Spirit unternehmen. Es kommt ein Spezialist. Jemand, der der Sache gewachsen ist. Sam Seraph. Gibt es ein Gesetz, das du noch nicht gebrochen hast? Sehe ich wie ein braves Mädchen aus. Besorg mir eine Krawatte und wehe, wenn die nicht rot ist. Pass die Maske auf. Irgendetwas sagt mir, dass das besser ist. Ich lasse dich tausend Tode sterben. Ich bin auf dem Weg. Untertitelung des ZDF, 2020